hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen video und zwar habe ich ja zu der thematik george floyd damals schon einige videos gemacht und in einem video ging es darum ob steven jackson der eng mit george floyd befreundet war ob der ein christ ist oder ein freimaurer weil es da ja diverse verschwörungstheorien gab und da habe ich dann ein video dazu gemacht was ich jetzt aber privatisiert habe weil sich einiges geändert hat und ich so dahinter nicht mehr stehen kann und deshalb hier ein neues video mache weil in dem leben von steven jackson sich einiges geändert hat und ich deshalb damit ein update geben möchte und zwar eine kurze erklärung wer steven jackson ist steven jackson ist ein ehemaliger basketballer der mit george floyd eng befreundet war und die sich scherzhalber twins genannt haben also zwillinge weil sie sich beide nämlich verdammt ähnlich gesehen haben wie wir auch hier sehen wenn man sich den bart weg denkt von steven jackson dann kann man erkennen dass er ziemlich ähnlich aussieht wie george floyd es sind aber definitiv zwei verschiedene personen da habe ich auch schon ein video dazu gemacht weil leute damals behauptet haben das wäre die gleiche person und george floyd wäre gar nicht gestorben die haben unterschiedliche tattoos die ja die sind einfach komplett anders also vom körperbau und allem möglichen sie sehen sich hat nur vom gesicht sehr ähnlich und wurden deshalb auch twins genannt es gibt auch videoaufnahmen wo beide gemeinsam in dem video zu sehen sind das hätte man dann ja auch faken müssen also sind definitiv zwei verschiedene personen die aber eng miteinander befreundet waren george floyd hatte einen christlichen hintergrund angeblich wurde er auch auf bibelstudien gesehen wo er eine bibel hochgehoben hat hat andere behaupten dieses foto wären fähig dennoch hat er auch in instagram oder auf anderen plattformen immer wieder mal etwas von gott gepostet oder dass er gott dankt er war also christlich angehaucht auch sein enger freund dem ich auf facebook noch folge ich möchte namen jetzt hier nicht nennen damit nicht leute da irgendwie dem auch ständig folgen oder es vielleicht rechtliche probleme gibt jedenfalls folge ich dem freund von george floyd auf instagram der auch ja zumindest christlich religiös ist ich würde nicht sagen er ist bekennender christ denn es gibt einen unterschied zwischen menschen die glauben dass jesus ein netter mensch war und menschen die glauben dass ja dass jesus ihr retter ist und ja er postet jedenfalls viele oder immer wieder mal religiöse dinge oder bibelferse also ist auch christlich angehaucht würde ich jetzt mal so sagen und deswegen kann ich jetzt george floyd auch eher in die christliche schiene einstufen auch steven jackson war christlich muss ich jetzt so sagen denn bekennender christ kann er nicht gewesen sein zumindest nicht überzeugter christ weil sonst hätte er nicht das getan was ich nun in diesem video hier euch berichten möchte er hat auch immer wieder vor allem in den jahren 2016 17 glaube ich in dem dreh rum hat er immer wieder christliche bibeltexte gepostet und bibelzitate oder dass er gott dankt dass er jesus dankt und von vater sohn und heiliger geist geredet also schon ziemlich christliche dinge nach dem tod von george floyd hat er immer wieder gepostet love for all who have love for all oder irgendwie so ähnlich also liebe für alle die liebe für alle haben und ist halt auf die auf die schiene gekommen dass er halt jetzt gegen gegen fremden hass kämpft dass er gegen rechtsradikale kämpft dass er für freiheit kämpft für meinungsfreiheit dass er für toleranz kämpft was dunkelhäutige betrifft was ja auch gut ist was sie nicht schlecht reden will monat sich damit auch immer mehr mit anderen menschen befasst und hat so angeblich zum islam gefunden und ist nun zum islam konvertiert ich möchte im video auch sagen dass ich nichts gegen moslems habe ich bin selber mit ein paar moslems sehr gut befreundet aber für mich ist der einzig richtige glaube der christliche glaube nämlich an jesus christus ähm was ich auch biblisch belegen kann mit ein paar bibel versen nämlich einmal hier aus johannes 14 6 jesus spricht zu ihm ich bin der weg und die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater denn durch mich also nur durch jesus ähm auch hier steht darum hat darum hat ihn auch gott erhöht also jesus erhöht und hat ihm den namen gegeben der über alle namen ist das ist der name jesu sich sich beugen sollen alle der alle derer knie die im himmel und auf erden und unter der erde sind philippa 2 9 bis 10 und auch hier noch in in der bibel sagt thomas einer seiner jünger nachdem jesus wieder auferstanden ist nachdem er gekreuzigt wurde und thomas war der zweifel hat ihm nicht geglaubt und dann sagt jesus zeigt jesus seine wunden und dann sagt er also thomas mein herr und mein gott jesus sagte zu ihm weil du mich gesehen hast glaubst du und die bibelstelle geht weiter ähm nämlich sagt er sagt jesus dann noch glückselig sind die nicht gesehen und doch glaubt glaubt geglaubt haben ähm ja also hier belege dass jesus der einzigste weg ist äh in den himmel deswegen glaube ich an jesus christus aber ich habe nichts gegen moslems das sage ich hier nochmals also nichts gegen die menschen an sich ich äh bin nicht ein befürworter derer religion beziehungsweise derer glaubensansichten aber ich kann mit denen normal reden ich bin zum beispiel auch jemand der kein schweinefleisch ist also ich esse es vielleicht auf geburtstagen ab und an mal wenn nichts anderes da ist aber ansonsten wähle ich immer was anderes außer schwein weil ich das einfach nicht mag und schon als kind das unrein empfunden ab weil mein onkel ein gasthaus hatte und die immer die reste von unserem essen bekommen haben also was wir nicht mehr gegessen haben was nicht mehr so gut war ähm das hat man dann den schweinen gegeben äh und die sind darüber her gefallen haben das gegessen und nachher habe ich mir gedacht und danach esse ich das tier was alles so verschlingt also das hat mir halt irgendwie nicht gefallen das fand ich unästhetisch und deswegen äh ich habe eine abneigung gegen schweinefleisch also deswegen auch ein grund weshalb äh ich ein paar leute kennen äh moslems die äh mit mir befreundet sind und ich bin auch der meinung dass äh im koran vieles ähnlich drin steht wie in der bibel also auch was äh sex vor der ehe betrifft was äh fremdgehen betrifft alles mögliche ähm dass das auch im koran nicht erlaubt ist aber ähm ähm es entscheidet sich halt im ja im entscheidenden punkt äh dass jesus der einzigste wegen den himmel ist und dass er für unsere sünden am kreuz gestorben ist ähm und daran glaube ich und äh das ist meine überzeugung und deswegen ich möchte das video jetzt hier nicht machen um äh irgendwelche leute schlecht zu reden oder so sondern ich möchte einfach meine meinung vermitteln und ich denke das darf man auch schließlich dürfen das moslems ja genauso und dürfen auch ihre meinung frei bekunden und äh sagen hey aber ich glaube an ala und so darf auch ich sagen ich glaube an jesus ähm und ich bin traurig darüber dass äh dass dieser steven jackson jetzt ähm ja vom christentum weggekommen ist wobei ich mir fast sicher bin dass er nicht mal richtig beim christentum war denn wenn jemand wirklich überzeugt ist äh dann kann er nicht so einfach äh sag ich jetzt mal die fronten wechseln ähm und äh ich denke eher der war halt religiös angehauchen ist das was ich euch immer sag viele äh dieser prominenten die da sachen von jesus posten justin bieber hat es mal ausgenommen wobei ich bei dem auch nicht sicher bin wie äh intensiv er sein glauben lebt also beziehungsweise was er von seinen pastoren gelehrt bekommen hat ähm denn äh ja manchmal hat es so den anschein als ob er so dieses friede freude eierkuchen evangelium da hätte nach dem motto äh du musst nur jesus im herzen haben und dann kannst du machen was du willst und äh kannst sündigen was weiß ich was weil der sowieso am kreuz für deine sünden gestorben ähm und gar nicht daran glaubt dass wenn man gesündigt hat dass man auch um vergebung bitten muss äh bei jesus ähm deswegen ähm bin ich mir da äh bei justin bieber auch nicht 100 prozent sicher aber ich finde es gut was er tut dass er immer wieder bibelferse gepostet weil dadurch können auch andere menschen zum nachdenken angeregt werden vor allem seine fans und follower können dann vielleicht denken oh krass äh damals in meiner klasse hat auch jemand von jesus erzählt vielleicht ist es wirklich die wahrheit und die befassen sich dann eventuell mehr mit der bibel oder fragen ihren pastor oder ihren vater der vielleicht äh an gott glaubt oder ein familienmitglied ähm und kommen so dann näher zum glauben von dem her finde ich es gut was er da auf instagram macht zumindest das meiste davon was er da äh biblisch postet ähm finde ich bisher gut und ich bete auch für ihn dass er da äh konsequent den glauben nachfolgt und auch erkennt was in der bibel drin steht was von gott nicht erlaubt ist und dass er diese gebote dann auch hält und nicht äh und nicht einfach nur dieses wohlstandsevangelium lebt aber man sieht bei ihm dass er wirklich von herzen jesus sucht und er war ja auch früher schon ähm religiös angehaucht da war er noch religiös deswegen hat ihn auch die welt so in das dunkle reinziehen können gibt ja auch ein gutes interview von ihm wo er ähm da auch offen zugibt dass er falsche christen gekannt hat die das eine gesagt haben das andere aber getan haben ähm und dass er da äh gott dankt und äh jesus dankt dass er da noch rausgekommen ist und dass er sich sicher wäre dass er ohne das eingreifen von jesus äh vielleicht sogar nicht mehr am leben wäre ähm durch seine drohung sucht und alle anderen skandale die er hatte ich habe in derzeit viel für ihn gebetet und ich werde auch für diesen äh steven jackson beten ähm und ich finde es trotzdem äh aus meiner sicht wie gesagt ich möchte da nicht menschen schlechtreden es geht hier nur um eine glaubensansicht nicht um die personen äh selber ähm ich habe kein problem mit menschen die an den islam glauben aber für mich ist der islam halt nicht äh die ja die richtige ja die richtige antwort sondern nur jesus ist die antwort und ähm ja ich bin da etwas ähm naja enttäuscht nicht wirklich weil ich sowieso nicht 100% geglaubt habe dass der äh ernsthaft christ ist weil sein vater ja auch freimaurer war wo wir nachher noch dazu kommen und er auch gesagt hat er möchten die fußstapfen seines vaters treten ähm also von dem her ähm wie gesagt viele dieser prominenten äh ich will jetzt nicht alle über einen kamm scheren aber viele äh die was von gott posten oder mal in bibel vers posten auf instagram oder sonstiges die sind religiös angehaucht die haben keine beziehung zu jesus die haben nicht gesagt jesus bitte komm mein herz vergib mir meine sünden hilf mir ein besserer mensch zu werden die haben das nicht aus überzeugung getan sondern die äh die sind halt als kind mit in die kirche geschleppt worden oder die haben halt irgendwo gehört jesus war ein guter mensch ähm und haben halt nicht die überzeugung dass er äh ja dass er wirklich äh für unsere sünden gestorben ist und ähm ja dass er der erretter ist und äh haben das halt nicht komplett kapiert und ähm sagen nichts nichts negatives über jesus aber haben halt keine ernsthafte beziehung zu ihm sind sozusagen fans so wie äh manche fans von justin bieber sind sind die halt fans von jesus aber haben keine beziehung zu ihm ein fan von justin bieber der ist ja auch nur ein fan aber er hat keine persönliche beziehung zu ihm sondern das hat nur äh die partnerin von ihm in dem fall jetzt äh hayley bieber ähm nur die hat eine richtige persönliche persönliche beziehung zu ihm und wenn ihr irgendeinen Mann oder irgendeine Frau bewundert und nie zu der Person hingeht ähm und sagt hey du ich finde dich interessant ich finde dich attraktiv ähm ich möchte mit dir eine Beziehung dann habt ihr auch nie eine Beziehung mit der Person und seid immer nur Fans und Bewunderer und so müsst ihr das verstehen mit diesen Menschen die da äh zum Teil biblische Verse posten oder biblische Zitate posten oder ähm sagen sie glauben an Gott ähm aber gar nicht von Herzen ähm aber gar nicht von Herzen äh ne Beziehung haben das heißt die sind einfach nur Fans und ähm so hab ich das auch den Eindruck gehabt bei diesem äh bei diesem äh Stephen Jackson er hat immer wieder mal biblische Themen äh erwähnt er hat immer wieder mal äh biblische äh Postings gemacht und äh biblische Zitate gesagt und so aber also auf Instagram halt aber äh ja also ich bin ihm da halt nicht 100% sicher dass der wirklich äh ja sein Glauben konsequent gelebt hat ich denke der war einfach nur religiös aber ist nur eine Vermutung ich kann es ja nicht sagen ähm beziehungsweise bestätigen und er ist jetzt eben zum Islam konvertiert und da lesen wir auch mal was er dazu sagt und zwar habe ich hier einen Artikel gefunden ähm den ich euch mal übersetzt hab auf Deutsch beziehungsweise mit Google Übersetzer Rabatt äh äh der frühere Star der National Basketball Association NBA Steven Jackson hat seine Konversation zum Islam angekündigt der ehemalige Basketballer veröffentlichte mehrere Beiträge auf äh auf seinen Social Media Konten um seine Entscheidung zu feiern einer der der Beiträge enthält ein Video das zeigt wie Steven Jackson die islamische Glaubenserklärung Rezitiert die die auch als ich hoffe ich spreche das ist richtig aus äh Schad 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 bekannt ist in einem der jüngsten Beiträge war Jackson stolz darauf dass seine Tochter ihn bat vor der Schule mit ihm zu beten ähm wie immer eine ein einen guten Start aber äh da hat er irgendjemand verlinkt Sklar Rocks kann ich kenne den nicht ähm hat mich ähm hat mich gebeten vor der Schule ähm mit mir zu beten äh das wird seine Tochter wahrscheinlich sein äh sagte er er fügt hinzu dass er Freudentränen habe Alhamdulillah das postet er auch immer wieder auf ähm ähm auf Instagram also unter seinen Fotos das äh heißt so viel wie äh Gott ist groß oder Allah ist groß oder irgendwie so in die Richtung ähm dankt auch unserer äh dankt auch unserer Schwester in Kanada für das Senden dieses Gebetsteppichs also irgendeine islamische die nennen sich ja auch Schwestern und Brüdern so wie wir uns im Christentum auch Schwestern und Brüder nennen ähm irgendeine hat da ein Gebetsteppich ihm geschickt ähm und er bedankt sich dafür äh Liebe für alle die Liebe für alle haben fügte er hinzu diesen Satz den hat er immer hinzugefügt den hat er auch noch hinzugefügt als er ähm christlich angehaucht war sag ich mal ähm und da schauen wir uns jetzt einfach mal ein kurzes Video an wie er früher so drauf war ähm auch bevor das mit George Floyd geschehen ist und die beiden befreundet waren ähm ähm und da schauen wir aus meinem alten Video kurzen Ausschnitt an den lasse ich euch ablaufen und äh danach ähm melde ich mich wieder da seht da sehen wir ähm ja einige okkulte Symboliken die er macht ähm die auf die Freimaurerei hindeuten ähm und wir sehen auch äh einige Bibelferse die er dennoch immer wieder auf Instagram gepostet hat und wir sehen uns jetzt direkt weil ähm es ist dead und äh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Denn es gibt viele, die machen das einfach nur nach, weil es irgendein großer Star von ihnen gemacht hat, irgendein großer Basketballstar oder Schauspielstar, irgendjemand hat es halt gemacht und die machen das nach. Ich kenne da im Privatleben auch einige, die diese Gestik machen und gar nicht wissen, was dahinter steckt. Da sein Vater aber mit Freimauerei zu tun hat, mit dem 33. Grad, ist es durchaus denkbar, dass er weiß, was diese Gestik bedeutet, aber bestätigen kann ich es natürlich nicht. Hier sehen wir, wie wir sehen, wie wir sehen. Wie wir zum Beispiel von Jesus gepostet hat auf Instagram und da sehen wir jetzt einige andere biblische Postings, aber auch okkulte Symboliken, die er auf Fotos gemacht hat. Wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wie wir sehen, 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 wie So viel dazu. Wir haben also gesehen, dass er einige religiöse Symboliken gepostet hat, einige religiöse Bibelferse und auch Fotos, wo er okkulte Gesten macht. Ob er genau weiß, was die okkulten Gesten bedeuten, weiß ich nicht. Aber wie wir hier sehen, war sein Vater Freimaurer. Moment. Moment. Genau hier. Da gibt es ein Screenshot von einem alten Posting von ihm auf Twitter, wo er geschrieben hat, My father's Mason Brothers, 33. Grad, gave me something to carry, etwas zum Aufbewahren. My dad's cheer, meines Vaters Tasche oder was auch immer. Will be following your footsteps, Paps. Will deinen Fußschritten folgen, Vater. Rest easy, also Ruhe einfach. Salute to all his Mason Brothers. Salute zu all seinen Freimaurer-Brüdern. Also wir sehen, dass sein Vater was mit der Freimaurerei zu tun hatte, auch mit dem 33. Grad. Und man erzählt sich ja, dass am 33. Grad die Leute erfahren, dass sie auch, ja, dass sie in Wirklichkeit zu Baphomet beten, beziehungsweise zu Satan, dem Gehörnten. Und dass es erst alles im 33. Grad enthüllt wird oder in dieser, in dieser Stufe, in dieser Nähe der Stufe, irgendwo in dieser Stufe da oben wird enthüllt, dass man auch zu, ja, zu, zu Satan betet. So zumindest, äh, die Aussage einiger Leute, die da aus der Freimaurerei ausgetreten sind. Die Freimaurer an sich, äh, leugnen das ja, wenn man sie fragt, aber einige, die da drin waren, behaupten, dass es so ist. Ähm, wir sehen also, dass er etwas mit der Freimaurerei zu tun hat, beziehungsweise, dass sein Vater, ähm, etwas mit der Freimaurerei zu tun hat und er stolz darauf ist, ähm, wenn dieses Posting ja echt ist. Ich habe es, äh, damals beim Scrollen nicht gefunden. Es gibt aber auch einen Basketball, ähm, Star, der ebenfalls christlich zumindest angehaucht ist, der da ein Video, äh, und ein Foto auf, ähm, seinem Twitter-Account, äh, gepostet hat und, äh, auch diesen Screenshot verlinkt hat. Ähm, ja, also, wie wir hier sehen, es gibt auch ein Foto von seinem Vater, wo, wo er diese Schürze da trägt. Also, glaube ich schon, dass sein Vater zumindest was mit der Freimaurerei zu tun hatte. Ob dieser Post-It sehr echt ist, weiß ich nicht, aber sein Vater war in der Freimaurerei. Da gibt es auch ein Foto davon, wo man, wie gesagt, ihn sieht, ähm, der, ja, dem Steven sehr ähnlich sieht. Ähm, ja, was halte ich nun davon? Also, ich finde es schade, dass er, äh, vom, ja, vom Christentum, ähm, ja, zum Islam konvertiert ist. Und das meine ich jetzt nicht, äh, herabwürdigen den Menschen gegenüber, sondern diese, diese Glaubensrichtung ist eben nicht meine Überzeugung. Ähm, ich bin da leicht traurig drüber, wobei ich jetzt, äh, keine persönliche Bindung zu diesem Menschen habe und, äh, und jetzt auch nicht todtraurig drüber bin. Aber, ähm, ich werde beten für ihn, dass er die Wahrheit erkennt. Ähm, das werde ich definitiv tun, aber ich weiß jetzt nicht, ob es 100% in der Bibel drinsteht, da müsste ich mich selber nochmal damit befassen. Aber es wurde zumindest mir schon gesagt, ähm, dass wenn ein Mensch die Wahrheit erkannt hat, also Jesus, und von der Wahrheit weggeht, dass er dann nicht mehr zurückkommen kann. Dass dann die Tür für ihn zu ist, weil er die Wahrheit, äh, wusste, aber bewusst abgelehnt hat, ähm, und auf falsche Wege gegangen ist. Ich hoffe, das trifft auf ihn nicht zu. Ähm, ich hoffe, er war nur religiös und, ähm, ja, hat gar nicht wirklich eine ernste Beziehung, äh, zu Jesus gehabt, weil ansonsten wäre es, äh, wenn es diese Bibelstelle wirklich gibt, Wenn jemand weiß, wo die Bibelstelle ist, kann er sie mir gerne in die Kommentare schreiben, falls es die gibt, aber dann wäre es für ihn zu spät, umzukehren. Ähm, ich hoffe nicht, ähm, ich werde für ihn beten, denn ich möchte, dass jeder Mensch errettet wird und ich möchte für jeden Menschen das Gute. Ähm, ja, soviel zu diesem Thema, was, äh, Steven, äh, Jackson betrifft. Ähm, musste ich euch einfach ein Update machen, weil ich da einfach gesehen habe, dass, äh, sich da einiges geändert hat. Auch hier sehen wir ihn mit diesem Gebetsteppich, äh, den er ja angeblich von jemand aus, äh, aus Kanada bekommen hat, ähm, und hier sehen wir auch, wie er dann dieses Alhamdul, Alhamdul, ähm, da schreibt, was er seit neuestem immer wieder mal schreibt, was wie gesagt heißt, ähm, Allah ist groß oder Gott ist groß. Ähm, Wikipedia sagt Gott ist groß, andere sagen Allah ist groß, von dem er weiß es nicht, was da stimmt. Ähm, ja. Soviel dazu, ich wünsche allen einen schönen Tag, Gottes Segen, bleibt auf dem richtigen Weg und, äh, ich verbreite Liebe, ich möchte Liebe verbreiten, ich möchte niemanden hier, ähm, schlecht reden, ich möchte, äh, ja, einfach neutrale Berichterstattung machen, zum Teil meine Meinung mit einbauen, ist auch mein gutes Recht, aber, ähm, ich möchte hier niemanden schlecht machen, deswegen, ähm, ähm, ja, auch an alle, äh, an alle Moslems einen schönen Tag und, ja, was haben wir hier, äh, interessante Socken vor allem, finde ich, also ich finde seine Socken sehr interessant, ähm, sind da Störche drauf oder was sind das? Ist es überhaupt er oder seine Tochter, hat er so kleine Füße? Ich weiß nicht, naja, ist ja auch egal, vielleicht hat er auch irgendein Foto genommen, das, äh, die Dame ihm geschickt hat, äh, die ihm den Teppich geschickt hat, keine Ahnung. Also, ich wünsche allen einen schönen Tag und Gottes Segen und danke fürs Zuschauen. Also, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und Gottes Segen und danke fürs Zuschauen.